Erstklassige Vielfalt an deinem Hauptstadtsportwochenende. Dreimal Bundesliga, einmal Pokal und alles hier in deinem Hauptstadtsender. Am Gipfel geht die Spitzensportreise los. Zweimal spielt der BHC, der Berliner Hockeyclub, in luftiger Höhe gegen die TUS aus Lichterfelde. Die Damen wollen oben auf dem Spitzenplatz gegen die Drittplatzierten bleiben. Die Herren wollen den Gipfel gegen Tabellenführer Tussli erklimmen. Vorm Gipfel geht es in die Brandenburger Hölle und die wird gegen den Tabellennachbarn Lüneburg wieder ordentlich brodeln. Die Netzhoppers wollen nämlich die Neujahrspleite in Rottenburg vergessen machen. Von der Hölle in die Höhle des Wasserballlöwen. Dahin traut sich der ASC Duisburg und möchte den Dubelsieger, die Wasserfreunde Spandau 04, aus dem Pokal befördern. Das ewige Spitzenduell bereits im Viertelfinale des DSV-Pokals. Doppelter Höhenrausch, feurige Atmosphäre und Schicksalsmelodien. Die dreifache Packung Erstklassigkeit siehst du nur hier in deinem Hauptstadtsender HauptstadtsportTV. Klick rein!